Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, Ritter Arena, SV Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim, 0 zu 1. Tim Boss, Sascha Mockenhaupt, Florian Karnens, Moritz Kühn, Dennis Kempe, Jakob Madig, Paterson Chateau, Marc Lais, Gia Dua Korte, Johannes Wurz, Philipp Titz, jetzt kommt Waldhof Mannheim, Jan Christoph H. Arlet Hils, Hesberg Philanthert, Jan Henrik Max, Markel Hofhaar, Max Schristinsen, Raphael Caria, Markel Kosti, Hamadza, Sakiri, Jesiba, Amba, Dominik, Marfik, Anton Dokoach, 22 Uhr 37